Wir kämpfen um urbane Freiräume auf dem Wasser, denn Wasser ist für alle da. Seit acht Jahren ist die Anleitze mittlerweile auf der Rumsburger Bucht. Während halt viele andere Freiräume verschwinden, wird dann hier auf das Wasser zurückgegriffen. Wir haben den Anspruch, diesen Raum wieder für alle Leute zu erlösen. Und dass wir auch Partizipation einfordern in der Stadtplanung. Wir sind hier und wir bleiben hier.